Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Barbara Milow herzlich zum Talk willkommen heißen. Frau Professor Milow ist zum einen Abteilungsleiterin Aerogele und Aerogeelverbund Werkstoffe im Institut für Werkstoffforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der DLR. Und zum anderen ist sie aber auch Professorin an der Universität zu Köln und leitet dort den Arbeitskreis Nanostrukturierte zelluläre Materialien in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Herzlich willkommen, Frau Professor Milow. Ja, danke. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, das war ja eine längere Geschichte. Wir hatten ja bereits vor knapp anderthalb Jahren Kontakt und ich wollte Sie gerne als Gast hier für den Podcast gewinnen. Aber dann hat es Corona-bedingt jetzt doch ein bisschen was länger gedauert als gewünscht. Aber umso mehr freue ich mich, dass es heute klappt und wir zusammen über super spannende Themen uns unterhalten können. Jetzt habe ich ja in der Anmoderation schon einiges über Sie verraten, aber vielleicht können Sie dann doch noch das ein oder andere Detail zu Ihrem Lebensweg ergänzen. Ja, also ich bin Chemikerin, habe an der Uni in Köln studiert und habe promoviert in den 90er Jahren und zwar damals auch schon am Institut für Raumsimulation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das heißt, ich habe eigentlich fast mein ganzes Berufsleben im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt verbracht. Habe da angefangen mit Experimenten unter Schwerelosigkeit. Ein Experiment meiner Promotion war damals auch ein Experiment auf der D2-Mission, die damals mit dem Space Shuttle flog. Und ja, im Anschluss daran war ich in der Solarforschung, habe zehn Jahre mich um solarchemische Reaktionen und halt eben fotoschemische Reaktionen gekümmert. Da ging es um Abgasreinigung, um Abwasserreinigung vor allem und habe in der Zeit auch einen zweijährigen Postdoc-Aufenthalt in Spanien gehabt über das Marie Curie-Programm und habe dann im Süden Spaniens für zwei Jahre gelebt und geforscht. Auch schön, ne? Ja, das war sehr schön und bin danach wieder zurückgekommen, habe eine Familie mit drei Kindern und danach wieder zurück zur Materialforschung mehr und mittlerweile halt eben schon seit einigen Jahren in der Werkstoffforschung und da angefangen als Projektleiterin, bin dann stellvertretende Abteilungsleiterin geworden und mache seit 2018 im Grunde die Professor an der Uni Köln und damit verbunden auch die Abteilungsleitung. Jetzt für alle, die es nicht wissen, also Marie Curie ist natürlich auch schon eine gewisse Auszeichnung, also wer das bekommt, so eine Förderung, das ist also Hut ab dafür und ja, wie Sie schon sagten, eigentlich ihr Leben rund um Uni Köln und DLR, kann man so sagen. So würde ich es bezeichnen, noch ein kleiner Ausflug nach Spanien. Ja, genau, aber was ja eigentlich eher untypisch ist für Spitzenforscher, die dann meinen, sie müssten sich wirklich in der ganzen Welt rumtreiben, aber bei Ihnen Lebensmittelpunkt, wie gerade mit dem Ausflug nach Spanien, doch immer Köln gewesen, ne? Ja, im Grunde ja, allerdings habe ich mich ja auch immer mit unterschiedlichen Themen beschäftigt und das hat sich sehr gut ergeben, dass das halt eigentlich immer rund um Köln ging. Ja, sehr gut und Thema Schwerelosigkeit, Experimente in der Schwerelosigkeit, läuft ja auch nach wie vor am DLR, ich weiß, dass ich da regelmäßig immer mal wieder auch diverse Abschlussarbeiten hier betreue in dem Bereich, genau. Aber das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, ist ein ganz anderes, hat jetzt mit Schwerelosigkeit nicht so wirklich viel zu tun, sondern das lautet Aerogele. Aerogele. Und mein Wissen über Aerogele ist zugegebenermaßen sehr begrenzt und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt hier gerade zuschaut oder zuhört, noch nicht einmal vorher von der Existenz von Aerogelen gehört hat. Also, sodass ich Sie bitten möchte, uns zunächst mal zu erklären, was man sich so ganz prinzipiell unter Aerogelen vorstellen kann. Also man kann damit anfangen, dass Sie im Guinness Buch der Rekorde stehen, dass Sie das leichteste Material sind, das Feststoffmaterial sind, was die niedrigste Wärmedämmung hat. Also damit sind Sie eigentlich auch bekannt geworden, dass Sie ein sehr leichtes Material sind, was die Wärme nicht transportiert, also ein Dämmmaterial sind. Und da werden Sie auch in der Raumfahrt eingesetzt. Und sind jetzt auch noch in der ISS bei Experimenten unter Schwerelosigkeit im Einsatz. Und daher gründet es auch, dass das DLR überhaupt die Forschung in diesem Bereich gemacht hat, weil man damals halt erstmal anfing mit einer kleinen Firma, wo man das Material bezogen hat und sich dann Gedanken machte, was passiert denn, wenn ich das Material von da nicht mehr beziehen kann. Und so ging die Forschung im DLR auch los. Und es ist ein nanoporöses Material, es ist offenporig und es kann aus allem hergestellt werden, was man gelieren kann. Sie können sich Ihren Wackelpudding vorstellen. Das ist auch ein Gelkörper, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das finde ich super, das Bild, weil da können sich wahrscheinlich alle was untervorstellen. Ja, und jetzt müssen Sie den Wackelpudding noch trocknen, ohne dass der schrumpft. Wenn ich den normalerweise so ein paar Tage im Kühlschrank stehen habe, sieht jeder da schon die Schrumpfungsrisse und man sieht halt eben, dass die Flüssigkeit rausgeht, aber der Festkörper zusammenschrumpft. Ja, das Experiment habe ich nie gemacht, weil so lange hält der bei mir nicht, als dass er ein paar Tage im Kühlschrank überleben würde. Aber okay, also genau, weil das Wasser verdunstet, rausgeht und dann schrumpft der Gelkörper. Die Poren sind ja sehr klein, die wir haben. Das sind wie so Kapillaren. Und dann hat man halt eben den Kapillardruck und über den Kapillardruck würde das auch kollabieren, das Netzwerk. Und wenn ich das Netzwerk jetzt aber bewahren will, muss ich halt geschickt trocknen, sodass da die Grenzflächenspannungen, die dafür verursachlich die Ursache sind für den Schrumpf, dann halt eben vermieden werden. Und da gibt es Technologien, mit denen ich das machen kann. Ja, also da können wir ja auch jetzt dann ein bisschen stärker einsteigen, weil meistens habe ich ja Gäste hier zum Talk, die die verschiedensten Werkstoffe entweder verarbeiten oder in irgendeiner Art und Weise die Eigenschaften optimieren. Wir haben Behandlungen und solche Geschichten. Und mit ihnen habe ich ja heute das Glück, eine Expertin zu Gast zu haben, die nicht nur mit Aerogelen arbeitet, sondern die sie ja auch selbst synthetisiert, also chemisch herstellt. Und wie muss ich mir denn jetzt genau von Schritt eins an so eine Herstellung von so einem Aerogel vorstellen? Sie haben Ihr System mit den Monomeren, also die kleinsten Bausteine eines Moleküls. Und die lösen Sie in der Flüssigkeit. Das kann ein Wasser sein, das kann ein Alkohol sein. Und dann brauche ich einen Kartalysator dazu und mische die Flüssigkeit miteinander und dann bildet sich das Netzwerk. Das heißt, es findet erst eine Aktivierung statt. Also der Kartalysator startet die chemische Reaktion, die meine kleinen Bausteine verknüpft dann miteinander? Ich habe da solche Gruppen, die halt eben OH, also Sauerstoff, Wasserstoff sind und die muss ich aktivieren. Und wenn ich die aktiviert habe, dann bildet sich über das Sauerstoffmolekül, zum Beispiel bei den Silicaerogelen, eine Brücke zum nächsten Siliziumatom. Und damit habe ich ein Netzwerk gebildet unter Wasserabspaltung. Das heißt, das ist eine Hydrolyse und eine Polykondensation. Also Kondensation kennt man ja. Und das ist immer das, wo das Wasser dann weggeht. Und das ist im Grunde so ähnlich für alle Materialien, ob die jetzt organisch sind oder anorganisch. Und da bildet sich das Netzwerk und ist hinterher eine reine, zum Beispiel beim Silica-SIO-Verbindung, so wie zum Beispiel der Sand am Strand. Der hat die gleiche chemische Zusammensetzung. Oder Glas, genau, wenn es halt ein reines Silikatglas ist, ist es halt eben auf jeden Fall. Man kann zum Beispiel auch das Glas nehmen als Ausgangsstoff und es lösen und daraus wieder so ein nanoporöses Material machen. Also Bauschutt zum Beispiel nimmt man als Ausgangsmaterial auch, um halt eine Kreislauffähigkeit auch zu haben. Das finde ich super, weil dieses Thema haben wir jetzt gerade so in den letzten Talks hier verstärkt immer mal wieder auch am Rande behandelt nach dem Motto, wie sieht es denn eigentlich damit aus? Weil wir schon denken, dass da natürlich auch die Reise hingeht. Die Idee nicht sein kann, dass ich jetzt eigentlich zwar freakige Materialien herstelle mit ganz tollen Eigenschaften, die aber hinterher eigentlich auf dem Sondermüll landen müssen, sondern es wäre natürlich toll, wenn ich die zum einen, wie Sie jetzt schon gerade erklärt haben, sogar aus Reststoffen herstellen kann und dann am besten natürlich auch hinterher wieder, wenn irgendwie zerstört, verbraucht etc. Eigentlich könnte ich mir dann aber auch gut vorstellen, ich könnte auch wieder ein Aerogel daraus herstellen. Genau, ich muss das Aerogel dann wieder auflösen, habe dann wieder die Lösung mit den Monomeren und dann starte ich die Reaktion wieder und was man noch machen kann, ist halt eben auch Biopolymere. Also wir haben solche Sachen wie Zellulose Aerogel. Biopolymere auf Basis von Polysacchariden, also mehrfach zu können. Ja, vielleicht kommen wir auf die verschiedenen Typen gleich zu sprechen, aber Sie hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass die Kunst eigentlich darin besteht, das Schrumpf frei zu trocknen. Ich habe ja jetzt erstmal dieses Gel dann da, jetzt haben Sie uns schön erzählt, wie das geht. Also Kunst ist im Prinzip, das richtige Lösungsmittel zu finden, Wasser, Alkohol etc., den Katalysator zu den Monomeren dazu zu geben, dann vernetze ich das und dann haben Sie gesagt, so jetzt geht es um die Trocknung. Was ist denn jetzt der Trick, weil wir haben ja gesehen bei Ihrem Wackelpudding-Beispiel, so einfach ist es nicht, wenn wir es einfach verdunsten lassen würden, hätten wir hinter Rissigkeiten und jetzt nicht irgendwie einen kompakten Testkörper, mit dem ich irgendwie was hinterbauteilmäßig machen könnte. Im Zweifel habe ich nur ein Granulat oder nur Krümel und das wollen wir ja nicht. Also wir wollen an vielen Stellen halt wirklich monolithische Körper haben und wenn ich es trocknen will, dann muss ich halt eben gucken, dass ich die Grenzflächenspannung vermeide. Es gibt entweder den Prozess einer Gefriertrocknung, da komme ich aber auch nicht ganz hin, weil ich halt eben beim Einfrieren meistens ein Kristallwachstum habe, was unsere Poren dann halt wieder größer macht, als wir sie haben wollen, sozusagen. Aber es gibt dann halt eben auch die Methode des überkritischen Trocknens, die ich vielleicht kurz mal erläutern oder versuche zu erläutern zumindest. Also man hat den Porenkörper, der gefüllt ist mit einer Flüssigkeit. In dem Fall muss sie löslich sein in überkritischem CO2, also Kohlendioxid. Und das ist zum Beispiel Ethanol oder Aceton. Und dann kann ich halt eben das Ganze im Grunde in einem Druckkessel geben, der eine Stabilität haben muss von 80 bis 120 Bar ungefähr. Und dann gebe ich das CO2 dazu und das CO2 wird so dazu gegeben, dass es schon in einem überkritischen Zustand ist. Überkritisch heißt, dass die Grenzflächenspannungen weg sind. Sie haben das Fragezeichen in meinen Augen gesehen, dass ich wollte, dass Sie das noch kurz erklären. Genau. Es ist weder gasförmig noch fest noch flüssig, sondern es ist wirklich ein Zustand, wo halt eben die Erinnerung des Materials weg ist, sodass man halt eben gar keine Grenzflächenspannung mehr hat. Also es ist halt eben ein Fluid. Es gibt da wunderbare YouTube-Videos zu. Also für alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, kann man da auch nochmal reinklicken. Wir können das dann unter dem Video auch gerne verlinken, damit man sich die auch noch angucken kann. Ja, super. Und dann gehe ich halt eben mit dem überkritischen CO2 im Kreislauf da durch, da stehen jetzt ein Druckbehälter und ziehe das Ethanol oder Aceton eigentlich im überkritischen Zustand wieder raus. Man kann sich dann vorstellen, dass hinterher nur noch CO2 in den ganzen Poren ist. Und wenn ich jetzt halt eben das ganz geschickt mache, indem ich bei gleichbleibender Temperatur nur den Druck verändere, gehe ich direkt in den gasförmigen Zustand und vermeide halt eben, dass es flüssig ist in den Poren. Und damit habe ich dann halt eben das Gas, was ich einfach nur ablassen kann. Und damit habe ich dann auch meinen Feststoff, der getrocknet ist und dann halt eben aus, ja, Aero-Gel heißt es ja schon. Also Aero-Luft und Gel ist der Gelkörper, also der Feststoff. Und damit habe ich halt eben die beiden Varianten drin. Luftgefüllter Feststoff. Genau. Also das heißt, ich muss eigentlich so ein bisschen die Physik überlisten zumindest. Die Physik, die wir unter normalen Druck- und Temperaturverhältnissen kennen, da würde sich ja so ein überkritischer Zustand bei keinem Stoff einstellen, sondern man muss halt genau in diesen doch deutlich hohen Druckbereich gehen, gepaart dann auch noch mit Temperatur, um genau diesen Zustandspunkt zu treffen. Und dann kann man auf einmal solche interessanten Tricks anwenden, wenn man ja so will, die den meisten eben dann doch nicht geläufig sind. Ja, also man kann sich das halt eben auch vorstellen, wenn man einen Behälter hat, in dem man flüssiges CO2 reinfüllt. Und flüssig hat man es bei Raumtemperatur ungefähr bei 55 Bar. Und dann gebe ich einfach, die Temperatur erhöhe ich. Damit erhöhe ich den Druck. Und damit komme ich in den überkritischen Zustand, wenn ich das Volumen nicht verändere. Ja, ja, genau. Weil sich ja die Parameter auch voneinander abhängen. Und wenn ich den Druck ändere, ändert sich die Temperatur und umgekehrt. So ist es. Und ich sehe dann immer eine Grenzfläche und die Grenzfläche von Gas und Flüssigkeit verschwindet einfach. Und das ist halt eben sozusagen das, was das so spannend macht. Und mit diesem Zustand kann ich dann halt wirklich das System austricksen, wie Sie schon sagten. Genau. Und das ist ja das, was Leute, die nicht in der Wissenschaft unterwegs sind, nicht verstehen können, wie uns sowas dann natürlich total fasziniert, wenn wir bei sowas dabei sein können, wenn wir da zugucken können und auf einmal sehen, wow, da passiert jetzt eigentlich was, was man eigentlich so nicht erwarten würde. So ist es. Und es entsteht so ein interessanter Zustand, den wir dann tatsächlich auf einmal für Prozesse ausnutzen können, die eigentlich sonst nicht vorstellbar wären. Ja. Weil ansonsten wäre eben so eine Trocknung ohne Schrumpf an der Stelle überhaupt nicht denkbar. So ist es, ja. Und jetzt hatten Sie ja direkt zu Anfang auch schon das eine oder andere an Eigenschaften angesprochen. Wir hatten ja schon kurz gesprochen über den Eintracht im Guinness-Buch der Rekorde. Aber warum sollte aus Ihrer Sicht jeder von Aero-Gelen gehört haben? Also welche Eigenschaften zeichnen jetzt Aero-Gelen aus und wo kann man sich den Einsatz vorstellen? Oder wo kommen Sie vielleicht auch schon zum Einsatz? Also der bekannteste Einsatz, wie ich das eben schon sagte, ist halt eben diese thermische Isolationsfähigkeit. Und die thermische ist halt… Also Wärmedämmung, ne? Genau, Wärmedämmung. Und das ist halt so, dass es das aber nicht nur alleine ist, sondern dass es halt eben auch eine akustische Eigenschaft gibt. Also man kann damit auch akustisch dämmen. Schallabsorptionen. Schallabsorptionen, genau. Und das Ganze ist halt eben dadurch getriggert, dass man halt eben eine hohe Porosität hat, sehr, sehr kleine Poren hat und damit habe ich auch hohe innere Oberflächen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man diese inneren Oberflächen, die wirklich also größer als ein Fußballfeld von einem Gramm sind… Von einem Gramm. Ja, das kann man sich immer ganz schlecht vorstellen. Ja, aber trotzdem, damit man eine Idee hat, wie wahnsinnig das ist. Also innere Oberfläche von einem Fußballfeld in nur einem Gramm A-Erogel? Also wir haben Oberflächen, die liegen bei den normalen Silica-Erogelen zwischen, sagen wir mal, 500 bis 1200 Quadratmeter pro Gramm. Wenn wir zu den ganz hohen gehen, das sind in der Regel Kohlenstoff-Erogel, die wir aus Organischen auch herstellen, die liegen dann zum Teil auch über 3000 Quadratmeter pro Gramm. Also und das ist immer so eine Zahl, die kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Aber deshalb in Fußballfeldern kann man sich das immer gut umrechnen, weil das ist so eine Größe, die man noch erfassen kann. Aber ein Gramm sind halt eben wenig Volumen auch und von daher geht das oft über die Vorstellungskraft hinaus. Genau, aber wo nutze ich jetzt diese Oberfläche dann aus technisch? Sie können sich vorstellen, dass man diese Oberflächen halt eben auch noch funktionalisiert. Das heißt, sie haben eine Affinität, also die lieben einen bestimmten Stoff und würden den dann aufsaugen und können damit halt eben verhindern, dass toxische Gase sich ausbreiten. Wir haben zum Beispiel einen Anwendungsfall in der Gießerei. Wir nehmen das Erogel als Kernsand-Additiv. Man muss sich vorstellen, die Kerne, die man in der Gießerei hat, stellen eigentlich die Hohlräume vor, äh da. Also wenn man halt eben so einen Motorblock hat, besteht der ja aus ganz vielen Hohlräumen und der Motorblock ist gegossen. Um diese Hohlräume darzustellen, brauche ich Sandkerne. Die bestehen aus Sand, aus einem Binder und einem Additiv. Immer einem Additiv, weil man was braucht halt eben, um halt hinterher den Kern wieder kaputt zu bekommen. Und unser Additiv ist halt auf Erogel-Basis und wir setzen in der Regel Kohlenstoff-Erogel ein. Die adsorbieren dann die entstehenden Gießgase. Gießgase entstehen deswegen, weil sich der Binder auflöst, wenn man mit der heißen Schmelze auf diesen Kern kommt. Und die haben wirklich eine Funktion, dass sie 60 Prozent der BTX, also der wirklich giftigen Gase aufsaugen können und damit halt eben die Emissionen wirklich reduzieren. Und das ist ein Stoff, der halt eben viel besser ist als alles, was heutzutage auf dem Markt ist. Und da brauchen wir unbedingt jemanden, der jetzt den Mut hat, das herzustellen und dann auch zu vertreiben an die Gießereien. Ja, das ist natürlich, da schließt sich auch wieder der Kreis hier zur Welt der Werkstoffe, weil natürlich haben wir hier auch schon über Gießen gesprochen und auch in unseren Laboratorien, wir haben auch ein Gießereilabor, machen wir solche Sachen auch. Also wir können gerne auch ihren Gießereisand austesten und Erfahrungsberichte hintergeben. Das ist natürlich spannend und da sind Sie natürlich dann auch als Chemikerin, glaube ich, an der richtigen Stelle, weil es dann wieder um das Feintuning geht. Das eine ist sozusagen die Kernkompetenz, wie kann ich Aerogel herstellen, aber das andere ist dann, wenn ich sie jetzt tatsächlich für verschiedenste Anwendungen pimpen will, sage ich mal, dann muss ich eben irgendeine Funktionalität noch einbringen, die Sie jetzt vielleicht von Hause aus erstmal nicht hätten, sondern das mache ich dann über chemische Ankopplungen. So ist es, genau. Entweder chemische Ankopplungen oder halt eben auch die Porenstruktur. Wir können halt eben auch kleinere und größere Poren machen. Also wir können wirklich mit der Synthese bestimmen, wie die Porenstruktur innerlich aussieht. Also mit Mikrostrukturdesign, wenn man so will. Mit Mikrostrukturdesign, das ist ein gutes Wort. Ja, also einerseits muss das Gas ja reinkommen, andererseits muss es wieder rausgehen und solche Sachen bestimmen wir dann über die Porenstrukturen. Jetzt habe ich ja gerade gelernt, dass sich der Begriff Aerogel also eher auf die Struktur und die Synthese der Materialien bezieht, dass ich über das Gel komme, als auf irgendeine spezifische Chemie. Das heißt doch dann, dass Aerogel also aus verschiedensten Materialien hergestellt werden können. Sie hatten das ja auch gerade schon immer in den Nebensätzen drin gehabt. Wenn ich jetzt von der Ecke komme, wenn ich von der Ecke komme. Also vielleicht können wir das jetzt nochmal so ein bisschen aufrollen, damit das so ein Gesamtbild ergibt. Welche großen Klassen von Aerogelen werden dann hier dann eigentlich unterschieden? Also man unterscheidet zwischen den anorganischen Aerogelen. Das sind in der Regel Metalloxid-Aerogelen. Es gibt aber auch Karbonat oder Phosphat als Aerogel als Basis. Dann gibt es die organischen Aerogelen. Das sind zum Beispiel solche Harzsysteme wie Bakelit zum Beispiel. Das kennt man vom früheren schwarzen Telefon. Also die ersten Thoroplasten, die es gab. Genau, genau. Also da kann man es herstellen. Polyimide. Polyamide. Also Polyimide ist natürlich dann aber auch schon extrem hochwertig. Hochwertig. Ist dann hochwertig, ist auch höher temperaturstabil. Also Hochtemperatur, Thermoplastik kennt man das auch. 400 Grad, 350, 400 Grad sowas. Also mittlerweile kennt man halt eben auch PE-Aerogelen. Oh Mann. Und eigentlich ist man mal davon ausgegangen, dass lineare Ketten halt eben sich nicht zu einem Gelkörper bilden lassen. Aber mittlerweile hat man das halt eben auch raus, wie ich da einen Gelkörper herstellen kann und dann auch zum Aerogelkummer, also ein hochporöses Material. Und was brauchst du da? Brauchst du da irgendwelche Vernetzungsadditive? Da stecke ich jetzt auch nicht so tief drin. Also bei PE, man kennt das ja, dass das über Silane vernetzen kann zum Beispiel. Genau, genau. Oder über Strahlenvernetzung. Aber da strahlen wahrscheinlich jetzt eher hier nicht, sondern eher chemisch. Ich glaube chemisch eher, ja. Ist auch nicht mein Topic. Spezialgewicht, ja. Von daher. Und also es gibt ganz viele verschiedene. Dann haben wir alles, was organisch ist, kann ich natürlich auch in Kohlenstoff verwandeln, indem ich es halt eben mit einer Temperatur beaufschlage und dann eine Karbonisierung durchführe. Und was wir noch haben, sind Biopolymere. Biopolymere zum Beispiel die Polysaccharide, die ich eben erwähnt hatte, aber auch Seidenproteine. Also Saccharide, das sind dann Zucker? Zuckerstoffe, genau. Also entweder pflanzliche oder tierische. Man hat ja auch das Chitin, Chitosan. Natürlich, ja. Und da machen wir sehr viel mit, aus Krebsschalen dann den… Ja, ja, aber es ist so, es ist irgendwie nicht natürlich, wenn man an Bio-Werkstoffe denkt, denkt man natürlich immer erst an pflanzlich. Aber es gibt natürlich auch spannende tierische Ausgangsstoffe. Bei einer Biene oder so denke ich auch an Bio. Ja, 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 klar. Aber wenn man so an Werkstoffe denkt, Holz und solche Geschichten. Genau, also wir können auch aus Holz Erogille machen, indem wir die Zellulose rausziehen. Es gibt ganz viel Lignin-Forschung im Moment. Das ist der Binderstoff zwischen den Zellulosen. Ja, ja, und also man extrahiert sozusagen die einzelnen Bestandteile und kann aus denen wieder Erogille herstellen und die sind dann wirklich bioabbaubar. An der Stelle ist es dann so, dass wir versuchen mit den Chitin, Chitosan, also diese Panzer und die Schrimps, diese Schalen, da versuchen wir halt eben jetzt auch Verpackungsmaterialien herzustellen, die den Styropor ersetzen. Also diese Kisten, die halt eben auch auf dem Meer schwimmen, mit einem Material ersetzen, was aus dem Meer kommt. Genau, wo man sagt, ja, das hat ja auch gigantisches Volumen, auch wenig Gewicht, weil es ja auch ähnliche Eigenschaften haben soll. Ja. Aber dann eben mit dem dummen Nachteil, dass man könnte es recyceln, aber wenn es natürlich erstmal in die Umwelt gelangt, baut es sich so schnell eben nicht ab und das wäre dann eben hier eine schöne Alternative. Genau, also wir haben die leichtesten Materialien, um das auch nochmal zu erwähnen, waren irgendwie bei 5 Kilo pro Kubikmeter. Also wenn Sie dann halt eben einen Kubikmeter haben, den Sie einfach so hochheben können, dann können Sie schon eine Show machen. Gibt es aber nicht so viele von, in der Regel liegen wir so bei 100 Kilogramm und das ist auch noch sehr leicht. Ja, für ein Verpackungsmaterial super auf alle Fälle. Sagen Sie gerade Karbonisate, aber das ist spannend, weil wir tatsächlich auch ein Forschungsprojekt gerade laufen haben, wo es um Karbonisate aus organischen Abfällen geht und wir überlegen uns, wo kann man die denn alles einsetzen, also Additive jetzt wieder bei Kunststoffen z.B. zur Einfärbung oder auch Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit etc. Vielleicht sollten wir dann im Nachgang nochmal drüber sprechen. Gerne, gerne. Ob wir die dann nicht auch tatsächlich sogar zu Aerogelen weiterverarbeiten können und dann auch nochmal auf ein ganz anderes technisches Level auch heben können. Also wir müssen auch nicht immer nur das Recyceln betrachten, sondern auch das Upcyceln. Genau, genau. Also Abfallstoffen, was Besseres machen. So die Ideen. Also klar, die Karbonisieren macht man ja mit den Abfällen, bei denen man wirklich sonst gar keine Idee mehr hat. Also totale Mischabfälle und alles kritisch und so weiter. Ja. Und dann könnte ich die natürlich immer noch verbrennen, aber wenn ich sie jetzt karbonisiere, entsteht zumindest schon mal kein CO2, sondern sozusagen der Kohlenstoff ist dann gebunden. Aber dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, das kann ich in die Gegend schmeißen, mir auch ein bisschen schade. Sondern was kann man jetzt da noch Spannendes draus machen? Also einerseits halt eben die Gießereianwendung, die ich eben erwähnt habe, aber was unsere große Zukunftsvision ist, dass wir neue Batteriematerialien herstellen, dass wir Kartonmaterialien herstellen, die halt eben für die nächste Generation von Batterien sind. Und da spielt dann auch wieder die Porenstruktur eine Rolle, weil wir an der Stelle mit Metallschwefelbatterien arbeiten und wir den Schwefel sozusagen in eine leitfällige Matrix bringen müssen. Und das wäre dann eben so ein Polenstoff-Erogel. Und das ist das Polenstoff-Erogel, genau. Also Schwefel selber ist nicht leitfähig, aber man kann ihn halt in den elektrochemischen Reaktionen gut gebrauchen. Ich denke, das wissen ja die meisten der Zuschauer und Zuhörer aus den politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate, dass da was Batterietechnik angeht und noch einiges auf uns zukommt, einige Herausforderungen zu meistern sind. Und da gibt es ja die verschiedensten Baustellen, aber das wäre zumindest eine Baustelle und wir freuen uns für jede, wo es Fortschritte gibt und neue Entwicklungen da helfen können. Und ich glaube, das eine sind natürlich diese Klassen separat, aber ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass man dann auch wieder zum einen diese Aero-Gel-Klassen untereinander paart oder auch klassische Verbundwerkstoffe macht oder besser gesagt, klassische Verbundwerkstoffe sind es nie, wenn Aero-Gel im Spiel sind, aber man mit klassischen Werkstoffen dann wieder zu Verbundmaterialien auch kommen kann. Genau, das steht ja auch in unserem Namen der Abteilung Aero-Gel und Aero-Gel-Verbundwerkstoffe. Wir kombinieren da, wo es nötig ist, die Materialien immer mit einer Verstärkung zum Beispiel. Also Faserverstärkung kann man einsetzen, man kann auch eine Wabenverstärkung einsetzen und kriegt damit halt eben bessere mechanische Eigenschaften. An vielen Stellen ist das Material steif und spröde und wenn wir es dann trotzdem haben wollen, weil die anderen Eigenschaften so hervorragend sind, versuchen wir es zu kombinieren mit einer Papierwabe, aber auch mit einer Aramid-Wabe oder halt eben auch mit Fasern jeder Art können wir es kombinieren. Aber was wir auch machen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wir nehmen halt diese Polysaccharide, haben einen Nanofilz, kann man die auch eigentlich bezeichnen, die sind halt eben porös über eine Faserstruktur und diese Faserstruktur nehmen wir wieder, um damit Harze zu verstärken und die Harzsysteme werden damit, also man kennt ja die Faserverbundwerkstoffe zum Beispiel von den CFK-Werkstoffen, Kohlefaserverstärkung, da lege ich eigentlich immer eine Faser und habe halt eben in eine Richtung eine besondere Festigkeit. Bei diesem Material ist es homogen, also die Kräfteverteilung ist überall gleich im System. Das heißt, ich kann mit der Schichtdicke arbeiten, ob ich halt eben da oder dort mehr Stärke brauche, aber ich habe ein System, was halt eben dieses Harzsystem wie bei den Kohlefasern auch großartig verstärkt. Und das dann in Isotropen, also in den Eigenklappen. Genau, Isotrop in alle Richtungen gleich. In alle Richtungen die gleiche Verstärkung. Genau. Und was wir natürlich machen, ist halt eben Granulate, die es auch heute schon zu kaufen gibt, einfach in Matrix einbetten. Zum Beispiel Aerogelbeton haben wir so hergestellt. Und der ist halt eben so entwickelt, den haben wir mit der Universität Duisburg-Essen, ein Institut für Massivbau in Essen entwickelt und die haben so viel Ahnung vom guten Beton. Wir haben Ahnung von dem Aerogel, von daher ist das immer eine gute Kombi. Und die haben halt entwickelt, dass wir halt einen hochfesten Beton haben, in den wir das Aerogel eingeben und dann können wir einen gradierten Stein herstellen. An der einen Seite ist er halt eben sehr isolierend, weil viel Aerogel drin ist. An der anderen Seite ist halt eben weniger Aerogel, aber damit halt eben auch eine starke mechanische Kraft da. Also kann ich damit mehrstöckige Häuser bauen und brauche keine zusätzliche Isolation mehr. Okay, das ist natürlich auch spannend. Und genau das ist natürlich dann auch ein sehr hippes Thema. Gradientenwerkstoffe, eigentlich auch schon bekannt seit 30 Jahren mittlerweile, aber kommen dann doch seltener zum Einsatz, als man denken mag, weil es auch ja gar nicht so einfach ist, so einen Gradienten dann einzustellen. Kann ich mir jetzt hier auch durchaus kompliziert vorstellen. Ja, also Sie können halt eben Schicht auf Schicht setzen an der Stelle. Beim Gießen dann, ne? Genau, also der bindet halt relativ schnell ab, aber man kann trotzdem halt Schichten aufeinandersetzen und das ist auch… Und dann das Mischungsverhältnis dann anpassen, je nach Schichten. Genau, das ist auch in jedem Werk, wo man Steine herstellt, kann man das machen. Genau, Sendung mit der Maus gibt es ja, glaube ich, ganz gute Beispiele. Ja, super. Nein, aber das ist das. Also wenn das Verfahren das von vornherein hergibt, dass man das sowieso schichtweise aufträgt, bietet sich das natürlich an der Stelle tatsächlich auch mal an, während das eben in vielen Anwendungen man sich das zwar gut vorstellen könnte, da irgendwie Gradienten einzubauen, aber dann manchmal fertigungstechnisch einfach zu kompliziert ist, das wirklich umzusetzen. Also wir denken auch, dass es erstmal nicht direkt an der Baustelle eingesetzt wird, weil es Erogil halt so leicht ist und damit halt die Verarbeitung auch manchmal schwieriger wird, aber wir wissen ja, wie es geht. Das ist ja genau das Know-how, was wir da besitzen. Und man kann sich halt eben Fertigbetonteile damit herstellen. Genau, die vorgefertigten Bauteile, die dann an der Baustelle nur verarbeitet werden. Genau. Überall, wo es nicht brennen darf, kann ich die gut einsetzen. Das kommt dann noch dazu, zumindest bei einigen Typen. Also die anorganischen sind dann natürlich da. Also die anorganischen, die dann auch unbrennbar sind. Genau. Also vielleicht müssen wir dann doch nochmal auf die einzelnen Klassen, so einzeln nochmal zu sprechen kommen. Also starten wir vielleicht mal dann bei den organischen Aerogele. Oder nee, wir waren ja gerade bei anorganischen, dann bleiben wir da. Bei anorganischen. Was muss man über anorganische Aerogele wissen? Also jetzt haben wir schon gelernt, die haben dann den Charme, weil sie anorganisch sind, typischerweise auch unbrennbar oder generell unbrennbar? Ja, eigentlich generell unbrennbar, es sei denn, sie gehen halt eben darüber hinaus, dass sie halt noch eine bestimmte Eigenschaft damit einbringen wollen. Das, was ich eben sagte, wenn ich halt eben eine Oberfläche halt eben nochmal funktionalisiere und zum Beispiel ein hydrophobes Material haben will, dann bringe ich halt eben nochmal ein bisschen Organik ein. Da muss man dann auch immer gucken, wo brennt das dann wirklich oder verdampft das dann nur, wenn es halt eben heiß wird. Also hydrophobe Eigenschaften erreicht man damit. Organika, also deshalb ist es dann auch nicht mehr das reine, anorganische, aber die Basis ist dann anorganisches Aerogele. Richtig, genau. Und dann kann ich halt eben immer gucken, bei den Silika zum Beispiel liegt irgendwo dann der Punkt, wo es halt eben anfängt zu schrumpfen mit hohen Temperaturen. Wenn ich so in den Bereich von 900 Grad und darüber gehe, dann fängt es an zu sintern, dann also zu schrumpfen und dann kriege ich halt eben auch mal einen Feststoff, der halt eben nicht mehr porös ist. Genau, aber das ist dann eine andere Art von Schrumpfen, weil es nicht darum geht, dass jetzt nur die Flüssigkeit rausgeht aus dem Gel, sondern tatsächlich dann schon zusammenwachsen, der Körner passiert über die Sonnensinnterprozesse. Und dann ist es halt immer so, bis wann brauche ich es denn? Wenn ich jetzt 1000 Grad habe, wie lange muss es denn da auch ganz bleiben? Wenn wir jetzt an zum Beispiel Ofenauskleidung denken, da brauche ich das. Da wollte ich ja langzeitstabile Ofenauskleidung haben. Und da bringen wir halt eben auch in solche Refractories-Materialien, also Feuerfeststoffe, Aerogele mit ein. Da haben wir ein schönes Projekt laufen, wo auch das halt eben jetzt zum Einsatz kommt. Wo dann auch wieder die Wärmedämm-Eigenschaften wahrscheinlich... Also ich brauche die Ofenauskleidung nicht jedes Jahr neu zu machen, sondern die steht dann fünf Jahre. Das heißt, ich habe weniger Ausfallzeiten, ich habe eine höhere Isolationswirkung, deswegen brauche ich auch weniger Energie. Also heute ja ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Und gerade bei Prozessen, wo wir dann davon sprechen, wir haben Temperaturen bis 1000 Grad, wo dann irgendwie metallische Bauteile aussonitisiert werden oder sowas. Genau, Stahlwerke. Und wenn ich dann da eben die Energieverluste deutlich reduzieren kann, ist das viel, viel wert. Ja, das brauchen wir. Das ist einfach so. Und daher ist es auch, Sie fragten am Anfang, warum muss man Aerogele kennen? Also weil Sie halt eben an vielen Anwendungen halt wirklich den Kick geben können und halt eben auch die Materialien so voranbringen, dass heute bekannte Materialien nochmal einen Schub gewinnen. Also Feuerfestmaterial kennt man ja lange. Genau. Und vor allen Dingen, man kann ja auch den Leuten durchaus die Angst nehmen, weil, wie jetzt gelernt, die Chemie, die dahinter steckt, ist jetzt keine komplett neue, komplett unbekannte, sondern es geht tatsächlich darum, wie kann ich bekannte Werkstoffe, bekannte Chemie eigentlich in diese neuartige Mikrostrukturierung bringen, die Aerogeleigenschaften mit sich bringt. Genau. Das heißt, ich hantiere jetzt nicht auf einmal wieder mit ganz was Neuem, wo dann keiner weiß, was wir dann in zehn Jahren wieder für Erfahrungen machen werden, welches böse Erwachen dann auf uns batet. Da haben Sie vollkommen recht, ja. Also ich habe Wasserglas zum Beispiel als einen Ausgangsstoff, den kennen wir schon immer. Ja. Doch, eigentlich. Seit Menschengedenken fast. Ja, genau. Und das ist einer der Ausgangsstoffe. Und wenn ich das dann halt eben mit meinen Katalysatoren, die zum Teil ist das Natriumcarbonat, also so ähnlich wie Backpulver, genau. Genau. Und da bringe ich ja keine giftigen Sachen mit ein. Und damit mache ich halt eben an der Stelle ein Material im Grunde über die Temperaturen, über Rührgeschwindigkeiten, über das ganze Prozedere bestimme ich dann hinterher die Porosität und nicht über irgendeinen fremden Prozess. So, das war jetzt die anorganischen. Was muss ich jetzt über die organischen wissen? Vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu den anorganischen? Also da gehe ich eigentlich auch immer über zwei Materialien. Und da gucken wir immer mehr nach Biopolymeren auch, damit wir halt eben auch da unsere Chemie etwas sauberer machen. Im Moment ist unser Grundbaustein Formaldehyd und Resorzin. Und Formaldehyd hat auch keinen guten Ruf. Da zuckt schon der ein oder andere. Ja, da zuckt man und man weiß ganz genau, dass es nicht gesund ist. Und wenn man das in hohen Konzentrationen hat, kann das nicht gut werden. Aber ich kann das halt eben relativ gut steuern. Ich kann es halt eben im Kessel halten. Und damit trinkt es auch nicht nach außen. Und es vernetzt halt vollkommen. Also es ist hinterher kein Formaldehyd mehr in dem Material. Auch wenn ich das verbrenne, wird da kein Formaldehyd frei. Okay. Das sind schon mal zwei wichtige Informationen. Ich kann garantieren, dass es vollständig ausgereagiert ist. Auch gerade über den Prozess, weil alles andere, also ich stelle mir das vor, wenn ich überkritisches CO2 dadurch jage, dass wenn irgendwas an flüchtigen Bestandteilen da wäre, ist es dann spätestens ausgespült. Oder? Oder wie garantieren Sie, dass es vollkommen ausgereagiert im Vorfeld? Also im Grunde machen wir einen Prozess ja mit dem Sol-Gel-Prozess. Also wir bilden erst das Sol und das geliert dann. Und ich lasse es dann altern. Also Sollösung. Sollösung ist halt eben mein Wackelpudding sozusagen. Also die Vorstufe zum Wackelpudding. Der angerührte Wackelpudding, der geliert da. Genau. Und der geliert, oder wie der Tortenguss oder so. Der ist erst flüssig und dann bringe ich den zu einer gewissen Temperatur. Dann fängt er an zu gelieren. So mache ich das ähnlich auch. Und dann ist es halt eben abreagiert. Das heißt halt eben, bevor es in die überkritische Trocknung geht, sind die ganzen Monomeren, die vielleicht da noch drin sind, entweder rausgewaschen, schon über ein Lösungsmittel, wo die dann auch recycelt werden, die Lösungsmittel. Oder halt eben, es ist wirklich alles abreagiert an der Stelle. Sodass das Netzwerk halt eben, wir setzen ja die Rohstoffe jetzt nicht im Überschuss ein, sondern so, wie sie stichometrisch miteinander reagieren. Und hinterher in dem zum Beispiel Karbonisierungsprozess, da wird wirklich dann kein Formaldehyd mehr freigesetzt. Genau. Ja, okay. Und jetzt hatten wir ja schon gesagt, das wäre ja die Klasse, die man zum Beispiel für dieses Thema Formsand benutzt. Genau, zum Beispiel. Oder für die Batterieanwendung. Oder für die Batterieanwendung, genau. Das waren die organischen gewesen. Und sind für diesen Formsand, sind das dann diese Resorzin-Formaldehyd-Kombinationen? Also die Vorstufe davon. Also wir nehmen ja die organischen Materialien und gehen dann halt in den Pyrolyse-Prozess und nehmen die Kohlenstoffmaterialien. Okay. Und Kohlenstoff bietet sich deswegen an, weil bei der Kernherstellung habe ich ja so ein Schießverfahren. Also Kernerschießen heißt das ja. Das ist halt eben mit viel Druck ein fluidierter Sandbinder-Additiv-System, was dann in eine Form gepresst wird. Und da ist der Kohlenstoff halt selbst schmierend, nenne ich das immer. Also wenn ich halt eben Silica habe, dann habe ich so ein hartes Korn, was halt aneinander reibt und das verteilt sich nicht so gut. Da kriege ich nicht wirklich die Kerne. Also für die eigentliche Funktionalität würde das auch liefern. Ginge auch, genau. Aber ist für den Verarbeitungsprozess ungünstig. Hinterher für den Abbau der giftigen Gase ist das Kohlenstoff auch das geeignet. Ist auch besser. Man kennt das ja auch so schon generell Kohlenstoff als guter Fänger für diverse Giftstoffe. Genau, wie Aktivkohle auch. Und dann haben Sie ja die, gut, jetzt ist natürlich das fachlich verwandt. Also Biopolymere ist ja auch eine Art von Organica. Also ist dann die Anwendung oder das Wissen darum eigentlich ein ganz ähnliches und sozusagen nur die Quelle, wo mir meine Organik herkommt anders oder muss ich da noch ein paar Sachen mehr mit berücksichtigen? Also die Porosität sieht anders aus. Also die Poren sehen anders aus, weil es nicht mehr so solche Kükelchen sind, die miteinander verknüpft sind, sondern es sind halt diese Fäden. Deswegen ist die Porosität so ein bisschen anders. Weil ich typischerweise mit einem faserigen Material auch schon starte. Also einfach von der Struktur her, von den Polysacchariden, das sind lange Ketten, die sich dann vernetzen über Wasserstoffbrückenbindung. Das ist ein anderer Prozess als der Sol-Gil-Prozess. Wenn ich dann halt eben bei diesen Materialien bin, stehen im Moment eigentlich immer noch so, ja mehr zum Beispiel Anwendungen für den Food-Bereich. Also ich kann in dieser Matrix des Erogels auch zum Beispiel Öle einbinden. Ich kann da Aromastoffe einbinden. Ich kann da Sachen, die leicht oxidierbar sind, vor der Oxidation bewahren. Also ich bringe die in dem überkritischen Prozess mit ein, in die Erogel-Krügelchen zum Beispiel, und habe die dann halt hinterher in meinem Bonbon drin. Und dann entfaltet sich der Mentholgeschmack oder was auch immer, was halt eben dann auch wirklich kaputt gehen würde. Also Food-Design kann man da machen. Weil man sagt, okay, wir haben jetzt hier tatsächlich so ein klar biologisch-organisches Material, was vollkommen unbedenklich ist, dass man auch so essen könnte. Und das nutzen wir dann jetzt tatsächlich als Trägermaterial und machen Food-Design. Trägerträger. Also man kann halt auch Medikamente in die Matrix einbringen. Dann kann ich auch über Hydrophil, Hydrophob spielen, ob es sich im Magen auflöst oder erst im Darm. Genau. Da habe ich auch schon mitgearbeitet bei Forschungsprojekten, weil das ist ja immer die Kunst. Und das natürlich auch zum Teil, jetzt habe ich gelernt, dass gerade im pharmazeutischen Bereich, also die Wirkstoffe, die man findet, die meisten davon eigentlich nicht mehr löslich sind. Ja, okay. Und das heißt, man muss an irgendwas ankoppeln, was dann sicherstellt, dass es an die richtige Stelle erstmal transportiert wird, damit es dann auch da wirken kann. Ja, spannend. Also auch da könnten das sicherlich interessante Ansätze sein. Jetzt, Sie haben ja eine recht große Forschungsgruppe, in der sich ja alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja irgendwie rund um dieses Thema Aerogele drehen und sich damit beschäftigen, sodass wir sicher hier zwar nicht auf alle laufenden Forschungsprojekte zu sprechen kommen können und vielleicht dürfen Sie auch über das eine oder andere auch gar nichts sagen, Aber vielleicht können wir ja doch auf ein oder zwei laufende Projekte von Ihnen zu sprechen kommen, wo Sie sagen, die sind aus Ihrer Sicht auch sehr spannend, was sich da gerade tut und welche Reise das da nimmt. Also ich hatte eben schon mal von den Verpackungsmaterialien erzählt. Wir stellen da mit einem bestimmten Verfahren halt diese Kügelchen her und das wissen wir, wie das geht aus dem Chitin-Chitosan, also Panzer. Und da wollen wir halt wirklich Verpackungsmaterial für die Foodindustrie auch. Und das klappt hervorragend. Also wir haben diese Kugeln und machen dann halt eben daraus sozusagen Platten, Kisten und das ist ein Projekt, was wir im Moment bearbeiten. Wie kriegen Sie das hin, dass jetzt die Kügelchen zusammenhalten? Also bei dem Polysterol sind das ja auch geschäumte Polysterol-Kügelchen, die man dann im Prinzip oberhalb der Glasübergangstemperatur quasi aneinander sinnt hat. Und wie machen Sie das bei Ihren Aerogel-Kügelchen? Also man kann das zum einen über einen Kleber machen. Ich nenne das jetzt mal einfach Kleber. Und kann die dann halt eben zusammenfügen. Oder halt eben auch mit einem Pressverfahren, Heißpresse zum Beispiel, dass ich da auch was mit hineingebe und das dann halt eben verbinde. Und da achten wir auch stark darauf, dass es… Also dann nehme ich halt irgendwie wieder eine andere Biokomponente, die halt eine gewisse natürliche Kleberigkeit mit sich bringt und das dann dauerhaft verbinden kann. Ja. Und da sind Sie also guter Zuversicht, dass wir das demnächst auf dem Markt sehen werden? Ja, also wir warten immer noch auf die jungen Leute, die halt eben wirklich den Mut haben, da eine Gründung zu machen und dann wirklich da in die Produktion zu gehen. Also von den Großen hat da noch keiner angebissen und hat gesagt, wir wollen da jetzt umsteigen? Die Großen sind immer noch ganz schwierig im Moment, halt eben mit der Pandemie, mit der Energiekrise, ist die chemische Branche halt eben ganz schwierig im Moment. Und ich glaube, dass wir halt eben den ersten Schritt wirklich über so eine Gründung geben müssen und dann halt eben werden die Großen vielleicht auch darauf einsteigen. Ja, ist ja auch schön, wenn sich da neue Unternehmen gründen und etablieren, wäre auch zu wünschen. Ja. Nur manchmal wundert man sich, dass die Großen eigentlich immer noch nicht verstanden haben, dass man in solchen Krisen auch auf neue Zukunftstechnologien setzen muss, um sich auch ein Stück weit wieder neu zu erfinden. Ja, also warten wir mal noch ab. Vielleicht sind sie nächstes Jahr wieder besser gestimmt und dann geht es weiter. Aber es gibt zum Beispiel von der TU Hamburg, die halt eben auch viel in der Aerogel-Forschung macht, gibt es neue Ausgründungen, die jetzt gerade in den Bereich Lignin gehen und da halt eben auch großen Erfolg haben. Ja, super. Ja. Aber ganz so viele Gruppen gibt es, glaube ich, nicht in dem Bereich, in Deutschland. Es gibt noch eine Gruppe am ZHAE, also Zentrum für Angewandte Energie. Genau. Die sitzen in Würzburg. Ja. Und das ist so ein Team, was sich auch noch mit Aerogelen beschäftigt. Und dann gibt es immer mehr. Also viele kleine Gruppen, die man jetzt so nach und nach kennenlernt. Das sieht auch was aus. Doch. Also es ist halt ein Forschungswert. Ich war jetzt gerade noch mal in Athen auf einer Konferenz vor zwei Wochen und da hat sich dann wirklich herausgestellt, dass viele, viele aktiv werden, auch europaweit. Ja, das ist auch schön. Wenn wir da sehen, dass wir da tatsächlich einiges an Potenzial haben. Und wie gesagt, Sie haben da Ihre Ideen, was man da machen kann und andere Leute gehen wieder mit neuen Ideen dran und kommen wieder noch auf ganz andere mögliche Anwendungsfelder und können das dann dahingehend weiter optimieren. Die TU Dresden macht vor allem rein metallische, also Gold, Platin, solche Aerogelen. Die, die diese Struktur haben, aus einem Kolloid machen die das. Also es gibt ganz viele Ansätze. Die Technische Universität München hat auch ein Team, was sich mit Aerogen beschäftigt. Es gibt immer mehr. Hannover, Berlin. Jetzt sagten Sie ja schon, ja, so jetzt tatsächlich mehr und mehr Forscher, die sich da draufstürzen, also auch nicht nur in Deutschland. Wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, wo sehen Sie dann die Aerogelen in ein paar Jahren oder zwei Jahrzehnten? Ja, also wir versuchen uns gerade noch mal so ein bisschen größer aufzustellen bei uns. Wenn ich jetzt gerade von meiner Abteilung spreche, ist es so, dass wir halt im Rheinischen Revier einen Antrag gestellt haben, um auch noch mal den Schritt zu machen von der Forschung bis zur industriellen Herstellung. Wir sehen, das, was wir machen, ist eigentlich für die Anwendung reif, aber da fehlt noch was, um es wirklich in die industrielle Produktion zu bringen. Genau, wie Sie ja sagten, Sie müssen jetzt gerade darauf warten, dass eigentlich irgendwelche Leute bereit sind zu gründen und mit dieser Idee loslaufen. Das ist nicht so einfach. Das heißt, die Idee wäre, Sie dürfen eigentlich dann mit diesen Mitteln, wenn Sie die dann kriegen, selber den nächsten Schritt gehen und das tatsächlich bis in die industrielle Reife hineintragen. Also das große Projekt heißt Aerogelen Launch Factory und wir wollen damit Pilotanlagen aufbauen, die mögliche Start-ups nutzen, um noch mal Investoren zu überzeugen, dass es wirklich aus dem Labor bis in den industriellen Maßstab funktioniert. Dass man schon mal eine Pilotproduktion hat und mit diesem Material dann halt die Investoren überzeugt. Wir sind Chemie. Wir sind halt eben auch investitionslastig. Das heißt, man muss halt eben erst mal viel Geld ausgeben, um Produktionsanlagen zu haben. Und das weiß das Start-up vielleicht auch noch nicht so genau, welche Produktionsanlage passt zu meinem Produkt denn am besten. Wenn ich aus dem Labor komme, funktioniert das alles gut, aber wie ist das mit dem Upscaling? Genau, dass man auf solchen schon intermediate Upscalten Anlagen schon mal experimentieren kann, gucken kann. Und ist das eine Chance? Und dann zu sagen, okay, wir wissen, das funktioniert. Und dann nehmen wir jetzt auch den Kredit auf und gehen in die Investition. Genau, also im Labor machen wir so 5 Liter, 10 Liter maximal. Wir haben schon im Schemmpark in Leverkusen halt mal 70 Liter gemacht. Aber darüber hinaus dann zu gehen, also so in den 200 Liter Maßstab, fällt uns im Moment schwer. Da sind unsere Labore einfach ungeeignet für. Deswegen müssen wir halt eben da auch neue Infrastruktur aufbauen, damit wir dann halt eben auch die Chance haben, da zu zeigen, das funktioniert, es geht weiter. Es gibt in Frankfurt ja die Firma Cabot, die halt eben die Aerogil herstellt. Die haben eine Produktionsanlage, wo sie viel herstellen können, aber das sind auch im Moment die einzigen in Deutschland. Aber es gibt auch viele neue, kleine und groß werdende Firmen, die halt eben auch gerade in dem Silica Aerogil-Bereich unterwegs sind. Es gibt welche in Belgien, es gibt welche in Frankreich. Also es gibt europaweit wirklich Ansätze, dann jetzt in die Produktion zu gehen. Und da müssen wir einfach unterstützen. Weil anders schaffen wir den Weg nicht. Also das Material ist ja einfach, ich bin so überzeugt davon, dass das halt in die Produktion muss. Ja, das Werk war das, finde ich gut auch. Und deswegen brauchen wir auch solche Anlagen dann. Genau, also das heißt, Sie würden jetzt sagen, okay, ja, die Zukunft wird so aussehen, dass die Ideen, die es jetzt schon im Labor gibt, wo man das Potenzial sieht für die verschiedensten Anwendungen, wo es wirklich ein großer Schritt nach vorne sein könnte, in den jeweiligen Anwendungen, auch dann endlich zu der Umsetzung in Industriemalstab kommt und sich da neue Unternehmen gründen. Genau, also wir bauen halt auch verschiedene Anlagen auf. Also gerade die Trocknung ist ja spannend. Also wir wollen halt eine kontinuierliche Trocknung aufbauen, die sich dann mit Granulaten beschäftigt. Wir haben gerade im Aufbau schon befindlich eine 800-Liter-Anlage, wo wir wirklich Bauteile von 90 Zentimeter Durchmesser, 90 Zentimeter Länge einzeln trocknen können, also große Bauteile. Das sind verschiedene Kubikmeter, ne? Ja, genau. Und dann haben wir noch andere Technologien, die sich halt eben auch mit der Gefriertrocknung beschäftigen, dass nicht unbedingt aus Wasser getrocknet wird. Und dann halt auch noch Anlagen, die wir halt eben da aufbauen wollen. Ja, wo man das Sohl herstellen muss, das Gel dann herstellen muss und die Trocknung. Alles in einem Schritt. Naja, das merkst du. Also die Chemie und der prinzipielle Prozess ist eigentlich mittlerweile gut verstanden. Man sieht Potenzial. Und jetzt geht es darum, die Produktionskette mit allen Prozessschritten dann tatsächlich in den industriellen Maßstab zu bringen. Ja, und das wollen wir im Rheinischen Revier machen und sehen da halt auch einen guten Standort in Jülich. Da gibt es den Prenergy Park. Und die wollen halt eben gerade so ein Startup-Hub werden, wo man halt eben dann auch wirklich die Umgebung hat, das Umfeld hat, wo auch so ein Gründungsgedanke groß ist. Ja, Mann, vielen lieben Dank für dieses überaus anregende Gespräch. Ich bin mir sicher, wir werden in der Zukunft also noch ganz, ganz häufig was jetzt von Aerogellen lesen, hören oder auch sehen. Vielen lieben Dank, Frau Professor Milow, dass Sie heute bei mir im Talk zu Gast waren. Gerne. Dankeschön. Auch, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.